Baramundi unterstützt es auch beim Lizenzmanagement. Ein Einblick dazu gibt uns heute unser Produktmanager Peter Maiwas. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Baramundi hat mit dem neuesten Release der Management Suite ein neues Modul eingeführt, namens Baramundi License Management. Um was geht es dabei? Hierbei geht es darum, dass wir unseren Kunden ein neues Modul an die Hand geben, das dem Kunden hilft, eine bessere Transparenz im eigenen Lizenzgeschehen zu erreichen. Das kann zum Beispiel wichtig sein, um auf mögliche Audits vorbereitet zu sein. Auf der anderen Seite ist es so, dass Lizenzen heutzutage einen nicht zu vernachlässigen Kostenblock im Unternehmen darstellen. Das ist jetzt wichtig für die unterschiedlichen Fachbereiche im Unternehmen, sei es den Admin selber, sei es aber auch den Lizenzmanager, aber auch den Einkauf. Hier wollen die unterschiedlichen Parteien natürlich nicht überrascht werden durch Nachzahlungen, wenn wir eine dementsprechende Unterlizenzierung feststellen. Für wen ist diese neue Applikation denn gedacht? Wir haben uns diesbezüglich mit den unterschiedlichen Rollen der Unternehmen auseinandergesetzt. Da gibt es auf der einen Seite den IT-Administrator, auf der anderen Seite aber auch den Lizenzmanager, der mehr die kaufmännischen Aspekte im Fokus hat. Deshalb war es in der Konzeption auch schon sehr wichtig, dem Lizenzmanager ein vom Baramundi Management Center unabhängiges Webinterface zur Verfügung zu stellen. Dies wird dem Lizenzmanager die zukünftige Arbeit sehr stark vereinfachen können. Auf der anderen Seite sehen wir auch einen starken Mehrwert in unserem neuen Tool, welches der durch den Kunden beauftragte externe SEM-Berater beispielsweise bei Vorbereitung für Audits oder bei möglichen Kostenoptimierungsfragen dementsprechend einsetzen kann. Warum hat sich Baramundi entschlossen, ein Lizenzmanagement-Tool auf den Markt zu bringen? Unsere Kunden schätzen heute unsere Stärken im Unified Endpoint Management. Ein starker Kundenwunsch war der, diese Eigenschaften um ein Lizenzmodul zu ergänzen. Für uns war es sehr spannend, in vielen Gesprächen mit Kunden, aber auch Experten festzustellen, dass der Wunsch nach einer eher kompakten und leicht zu bedienen Lösung im Vordergrund steht. Was war der Hintergrund des Kundenwunsches? Viele unserer Kunden kommen heute aus dem Umfeld, dass sehr viel noch mit Listen gearbeitet wird. Das kann schnell dazu führen, dass die Dinge einfach unübersichtlich werden. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir mit Kunden gesprochen haben, die schon Erfahrungen sammeln konnten mit sehr komplexen SEM-Lösungen. Und dabei ist ihnen aufgefallen, dass sehr viele Funktionsinhalte dieser Lösungen letztendlich nicht zur Anwendung kommen. Auf der anderen Seite waren sie aber immer unter dem Druck, dass sie Spezialwissen im Unternehmen vorhalten mussten, damit diese Tools auch dementsprechend bedient werden können. Mit einer einfachen Lösung können hier natürlich Aufwände reduziert werden. Was bietet Baramundi mit dem neuen Leistungsmanagement? Wir geben unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Lizenz- und Vertragsdaten strukturiert erfassen zu können. Die eigentlichen Softwareinstallationen, die Informationen dazu, kommen aus der Baramundi Inventory-Seite. Nach Gegenüberstellung beider Informationen erhalten wir im Modul ganz leichte und schnelle Übersichten über die aktuelle Lizenzsituation. So hat der Kunde natürlich ganz einfach die Möglichkeit, mögliche Über- oder Unterdeckungen feststellen zu können. Welche Optionen ergeben sich dann aus den Hinweisen? Da gibt es ganz unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es Lizenzen, die auch ein Downgrade-Recht beinhalten. Das bedeutet, dass der Kunde bei Vorgängerversionen auch diese nächsthöhere Lizenz einsetzen kann, um eine mögliche entstandene Lücke auch nachvollziehbar schließen zu können. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite aber feststellen, dass besonders teure Software im Einsatz ist und hier nachlizenziert werden soll, bieten wir als Baramundi über unser Modul AUT die Möglichkeit, die wirkliche Anwendung dieser Installation vorab erstmal zu überprüfen. Das hilft dann, wenn ich feststelle, da sind ja verschiedene Software-Installationen gar nicht im Einsatz, die möglicherweise erstmal über Baramundi Deploy wieder rauszunehmen, damit am Ende des Tages Geld gespart werden kann. Ein weiterer Aspekt kann sein, dass Software mit Wartungsverträgen natürlich dann Sinn macht, wenn ich auch dementsprechend diese Software in der vollen Lizenzgröße einsetze. Wenn ich aber feststelle, dass ich hier eine Überdeckung habe, dann macht es möglicherweise Sinn, die Wartungsverträge dementsprechend anzupassen. Welche Möglichkeiten hat der Nutzer, mit den angelegten Lizenzinformationen weiterzuarbeiten? Da gibt es ganz unterschiedliche Blickwinkel, die wir anbieten. Auf der einen Seite gibt es eine integrierte Bilanz der Produkte im Modul an sich. Auf der anderen Seite bieten wir dem Anwender aber auch die Möglichkeit, über eine Exportfunktion die angelegten Informationen in eine Standard-Excel-Umgebung weiter auszuleiten. Dort sind verschiedene Sichten im Angebot. Auf der anderen Seite hat aber der Nutzer auch ganz individuell die Möglichkeit, mit diesen Informationen eigene Reports zu erstellen. Also ist das Baramundi License Management eine ideale Ergänzung unseres aktuellen Angebots? Genau, das Baramundi License Management bettet sich perfekt in die bisherige Umgebung ein. Auf der einen Seite haben wir Baramundi Inventory, dann über Baramundi License Management werden die Informationen zusammengeführt, die dann erstmal die notwendige Transparenz schaffen. Mit der notwendigen Transparenz habe ich eine ganz tolle Grundlage, um zum Beispiel über Baramundi AOT zu prüfen, inwiefern die Nutzung der eigentlichen Softwareunternehmen aussieht und, wenn notwendig und sinnvoll, eben über Deploy dementsprechend hier auch die Software deinstallieren zu können. Und am Ende des Tages spart das natürlich für das Unternehmen Geld. Peter, danke für die Einblicke. Schön, dass du da warst. Für weitere Infos, klick einfach auf unsere Webseite. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Spotlight-Folge. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.